pokémon battle teil zwei b der fanatische kampf geschrieben von chroniken der spiele hot sexy und knuffig was bisher geschah professor eden unsere sensoren schlagen wild aus das legendäre requaser wurde gefangen fantastolös general fahren sie sofort den duellturm hoch endlich bin ich frei es wird zeit böses auf der welt zu versprühen ewig wärmende finsternis pokeball flieg fang mir dieses requaser es beginnt nun ein dialog mit yummy vamp und arenenleiter walter da verkeh mir ja gerade das lachen den elektro pokémon sind das lächerlichste genau wie deine ritze Malvenfrosi, die gehöntelsten mir. Hohoho, das ist doch ein schlechter Witz. Ich hätte doch auf Vasili hören sollen. Der dritte Orden ist mein, mein, mein. Nichts kann mich aufhalten. Danach beginnt ein Dialog mit dem Arenenleiter Vasili und Co. Leute, wir schweben in akuten Lebensgefahr. Das hat nichts mit Regeln und Pokémon-Kämpfen zu tun. Das ist der reinste Overkill. Vasili hat recht. Dieser Verrückte macht nicht nur vor uns halt. Auch Menschen, die wir kennen und lieben, werden nicht verschont. Ich habe mir vorhin überlegt, ob wir uns nicht erstmalig zusammenschließen sollten. Gemeinsam sind wir stark. Nichts kann uns aufhalten, nicht wahr, Schwester Herz? Sehe ich auch so, Bruder Herz. Hm, nun, ich bin nicht so lange Arenenleiterin, aber ich wäre die Nächste. Ich will kein Pokémon werden. Mein Altaria danzt einfach mal Drachentanz, bis wir den Schlawiner in seinen Schranken weisen können. Ich liebe meinen Phobie-Pokémon, die gebe ich niemals her. Schließen wir uns zusammen? Gute Idee. Dann haben wir vielleicht eine Chance. Genau. Jetzt beginnt der Dialog mit Silver, Protokonist, mit Misty, Rocco, Ash und Co. Nach dem Kampf mit Rayquaza und Silver, wacht Silver auf. Freunde, ja, wir sind alle bei dir, Pikachu auch. Pika-Pika-Chu-Chu-Chu-Pika. Fein, Pikachu. Es hat dich aus dem Himmelsturm gezogen, jo, und dich nach Flossbrunn zurückgeschwommen, jo. Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage alleine bei dir durchgeführt. Pika-Pikachu. Und dann, jo, hat es dich erneut angewinkelt, damit du wach wärst. Es murkt dir halt so narrig gern. Jo. Pikachu, wie kann ich dir nur jemals danken? Ein guter Anfang wäre, wenn du Pikachu den nötigen Respekt zerst und nicht als Brauskeballkorb benutzt. Leute, es ist schön, euch wiederzusehen. Mir geht es gut. Danke, ich will nur... Jo, merci, jo. Ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Rocko, du bist wieder völlig betrunken, wie in allen kinderfreundlichen Sendungen, und krabst die Frauen an. Oh no, you are sowas von ungemütlich. Ich sehe weit hinter dem Horizont einen Duell-Turm bis zum Himmel und eine Hölle. Ein Duell-Turm? Prima. Vielleicht interessiert sich auch Fan für spaßige Kämpfe zu zweit. Das wäre sicherlich die Gelegenheit, ihn herauszufordern oder mich einfach zu messen oder mich zu verbessern. Wurzel-Meldung im TV zur späten Stunde Code Red. Fünf der Areenleiter aus der Höhenregion haben sich zusammengeschlossen, um eine Katastrophe in der Region zu verhindern. Anfänglich haben diese einen gewissen Trainer Vamp mit ihrem Pokémon eingekesselt. Vamp ist zur Zeit für die Katastrophen verantwortlich. Das Verschwinden von Felicia, Camillo und Walter werden auf sein Konto gut geschrieben. Er gilt als äußerst gefährlich, nicht kooperativ. Allerdings sind die Areenleiter soeben an ihm gescheitert und wandeln als sehnlose Körper durch die Städte und greifen andere Tränen und Mitmenschen an. Bitte verlassen Sie nicht Ihr Zuhause, verschließen Sie Ihre Haustüren und bewahren Sie Ruhe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zombies? Ja, fein. Und jetzt gibt's Ärger und es kommt noch härter. Wir wollen über die Erde regieren und unseren eigenen Staat kreieren. Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Ja, mehr, mehr macht, das wollen wir. Jesse. Und James. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Geht lieber auf und bekämpft uns nicht. Biaa, genau, schon wieder auf den Schwarz getroffen. Biaa, ist das verrückt. Was zum Gokok macht ihr noch? Das Team Rocket ist das Letzte, was ich jetzt noch gebrauchen könnte. Sir James, wenn ich bitten darf. Ich bin vom Adeliken geblutet. Ach, Quatsch, James. Wir sind natürlich hier, um Pikachu zu stehlen, damit der Boss endlich zufrieden ist mit uns. Miaa, obwohl es schon nach der zweiten Staffel langweilig wurde. Wir dürfen einfach niemals fehlen. Mega, Pikachu! Pikachu, so ist das richtig. Lass jetzt die Donnerblitz gegen Team Rocket ein. Pikachu, Pikachu, Pikachu! Oh, Scheiße. Die Zombies sind schon hier in Flussbrunn. Sind wir auch nicht mehr sicher. Verdammt, DayZ. Zombies können schwimmen. Brutalander, bring uns hier raus. Setze Fliegen ein. Herr Boss, du bist auch dran. Flieg uns hier raus. Schnell krallten sich alle an Brutalander und Talbors fest. Im Eiflug flatterten die Pokémon gegen den Himmel. Selbst Team Rocket wurde nicht zurückgelassen. Es stellte sich die Frage, wohin? Wo ist es sicher? Was könnte man gegen den Untergang der Menschheit tun? So, wohin jetzt aber? Hast du eine Idee? Ich weiß es nicht. Wo es sicher ist, wir müssen Wamp finden. Ich bin bereit, gegen ihn zu kämpfen. Mein plötzliches Verschwinden hat den tieferen Grund. Ich sollte ein bestimmtes Pokémon auswendig machen und einfangen, um Wamp endgültig aus der Welt zu schaffen. Das ist jetzt die höchste Priorität. Jungs, wie wäre es mit diesem aufgetauchten Duellturm? Er ist für alle Trainer ein Magnetpunkt. Misty hat recht. Der Gedanke kam mir auch schon. Entweder sind wir dort sicher, oder ich kann Wamp besiegen. Wie auch immer. Rauboss und Brutalander zusammen mit den Helden reichten sie den Duellturm. Um den Turm herum ist ein großer, dicker Wald. In der Ferne hört man fremde Laute und Stöhnen. Nicht, was ihr gerade denkt, ne? Team Rocket, Misty, Roku, Ash und Pikachu sehen sich einmal um. Silber bleibt in der Eingangstüre wie angewurzelt stehen. Fasziniert und der Geruch nach Duellen kommt ihm in die Nase. Ein bezaubernder Ort für Trainer wie mich. Hier sind nur erfolgreiche Trainer zugelassen. Während Silber so dahin siniert, öffnet sich die Eingangstüre und eine 2 Meter große Gestalt trat hervor. Er baute sich vor Silber auf, lächelte ihn an und streckte ihm seine Hand hingegen. Herzlich Willkommen, Trainer. Das hier, das ist der Duellturm der Höhle-Region. Treffpunkt für äußerst starke Trainer. Mein Name ist Aiden, Professor Aiden. Es freut mich sehr, mit Ihnen Bekanntschaft zu machen. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Wer dutzt, schaut Silber Professor Aiden mit großen Augen an. So was in der Art hätte er jetzt nicht erwartet. Und streckte ihm seine Hand unsicher entgegen. Äh, Silber ist mein Name. Kurzes Schweigen auf beiden Seiten. Der Professor scheint ein Schmunzeln zu unterdrücken. Silber also herzlich Willkommen im Duellturm. Mein Duellturm. Alles habe ich für Tränen wie dich erbaut. Sie sollten Spaß und gute Laune versprühen. Ich habe sogar ein neues Kampfsystem auserarbeitet. Falls es Sie interessiert. Verständlich. Ähm, warum bin ich jetzt so nervös? Das kenne ich von mir nicht so. Äh, klar. Alles, was mit Pokémon zu tun hat, interessiert mich sehr. Ich möchte gerne teilnehmen. Ich... Fantastolös. Bravissimo. Deine Freunde dürfen selbstverständlich dich anfeuern. Sie sollten sich eingeladen fühlen. Komm, Silber. Man erwartet dich. Vor kurzem haben wir einen neuen Champion. Aus persönlichem Interesse habe ich eine Top-Five-Liste erarbeitet. Wäre das nicht für Sie, stärksten Trainer aus der Hölle-Region, bloß einen Champion-Kampf? Top-Five? Richtig. Ich biete Ihnen fünf hochklassige Kämpfe an. Der sechste Kampf, weil Sie es schaffen können, wäre der Champion-Titel. Er wäre offiziell sogar in der Region anerkannt. Wollen Sie? Ja, ja, hört sich gut an. Gott, ich fühle mich so unsicher wie nie zuvor. Der Laden hier stinkt doch. Jo, wir sind natürlich auch dabei. Wir sind deine Fan-Groupies. Wie ist die Schock-Groupie? Kano-Pikacho. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wollen Sie einen Kaffee, Tee, Gepäck? Team Rocket. Wir wollen nachkuchen. Währenddessen. Bitte, Silber, registrieren Sie sich. Für den anstrengenden Kampf. Wir haben auch Pokémon zum Ausleihen erdacht, falls ein Bedarf besteht. Nein, danke. Ich habe mein Team schon feststehen. Gegen welchen Trainer kämpfe ich? So neugierig? Hahaha. Nur Geduld. Sie werden gleich kämpfen. In jedem Stockwerk wartet ein hervorragender Trainer auf Sie. Insgesamt haben Sie sechs Stockwerke zu absolvieren. Ich hoffe, Sie haben genug an Items zum Heilen erdacht. Warum erdacht? So schwul. Ich hoffe, Sie haben genug an Items zum Heilen gedacht. Ich bin doch ein Profi. Meine Taten als Trainer sind legendär. Mutfass. Hervorragend. Das ist die richtige Einstellung. Das Testprogramm wird ein Erfolg. Hier entlang bitte. Der erste Trainer erwartet Sie bereits. Silber fährt mit Professor Eden mit dem Aufzug in den ersten Stock. Als die Tür aufgeht, wird Silber von einem riesigen Raum überrascht. In der Mitte des Raumes steht ein Trainer. Zumindest erkannte man ihn als solchen. Ah, sehr gut. Nun sehen Sie, das ist ein Mitarbeiter von meinem Duellturm, ein Wissenschaftler unserer Abteilung für neue Kampfmöglichkeiten, Kampfsystem und Raumdesign. Alles, was Sie hier sehen, wurde von ihm entworfen. Er ist sozusagen meine rechte Hand. Er hat sich als hervorragender Trainer bewiesen. Hihihihihi, meine Fähigkeiten sind zerstörerisch. Hallo, Lufia. Ich freue mich auf den Kampf mit dir. Hihihihi, ich sehe, was du nicht siehst. Und das ist ein Ende. Dann mal los. Ich erhoffe mir einen spannenden Pokémon-Kampf. Im ersten Stockwerk darf nur ein Pokémon gewählt werden. Es ist besiegt, so hat auch der Trainer verloren. Ein Pokémon-Kampf. So heißt auch diese Geschichte. Let's do it. Zeit für ein Duell. Hihihihi, Zeit für ein Duell. Los, Simsela, du bist dran. Sim-sa-la. Lufia sendet Simsela aus. Oh boy. Sieht sehr stark aus. Dann wollen wir auch mal wählen. Geradax, los, du bist dran. Gera, Geradax. Selber sendet Geradax aus. Beide Pokémon bringen sich in Stellung. Gera, du bist schnell. Setze deine Schlitz-Attacke gegen Simsela ein. Und das müsste es dann auch schon gewesen sein. Geradax. Hihihihi. Nicht so voreilig, mein Lieber. Ich habe meine Pokémon jahrelang mit ercheateten Sonderbomboms gefüttert. Hahaha. Niemals kannst du meine Pokémon schlagen. Teleport, Simsela. Bring dich hinter seine Verteidigung und setze deine Psychogenese-Attacke ein. Halt es fest. Sofort. Bevor Geradax mit seinen scharfen Clown Simselas Körper verletzen konnte, verschwand Simsela und tauchte hinter Geradax hervor. Mit der Psychogenese hielt es ihn in der Luft fest und begann Geradax zu zerdrücken. Nein, Simsela ist viel schneller und stärker. Jetzt heißt es Luft anhalten, Geradax. Setze in der Psychogenese deine Server-Attacke ein und halte die Luft an. Warte einfach ab, was passiert. Vertrau mir, Geradax. Geradax geruchte und setzte die Server-Attacke ein. Der Druck des Wassers zerriss die Gefangenschaft und überspülte den Kampfplatz. Simsela wurde verletzt, aber noch nicht besiegt. Aha, das war genial, aber egal. Simsela genießt um. Simsela. Nächster, Geradax. Es ist deine Chance zum Sieg. Jetzt, wo alles mit Wasser bedeckt ist, spring in die Luft und vereise alles mit deinem Eisstrahl. Fixiere damit Simsela und gib mit deinem Kopfnuss-Attacke den Rest. Geradax. Fixiert kann Simsela keine weitere Attacke ausüben, wurde mit der Kopfnuss-Attacke getroffen und wurde besiegt. Unmöglich! Meine Kalkulationen haben mich alle Daten in den Stich gelassen. Nein! Lufia, du bist geschlagen und ich habe gewonnen. In der Tat, so ist es. Lufia, bitte kümmere dich um andere wichtige Aufgaben. Rund um den Duell-Tor. Aha, ja, Chef. Wirkt traurig und geknickt. Nun, Silber, ich bin maßlos von Ihnen beeindruckt. Diese Kraft, dieser Kampf beweist Ihre Erfahrung, eilen Ihren Ruf weit voraus. Sie haben von mir gehört? Ja, selbstverständlich. Ich wollte es vorerst nicht sagen. Rot wert. Aber jetzt wollen wir doch nach dem zweiten Kampf schauen. Fahren wir weiter fort. Mit einem fort. Sorry, das musste jetzt sein. Mit dem Fahrstuhl, mit Träume und Mut, fährt Silber mit Professor Eden in den zweiten Stock. Ein weiterer, harter Kampf erwartet ihn. Rose Fungus, das ist euer nächster Kampf. Er gilt als Pokemaniac und hat den Duellturm mit seinem Pokemon und Vielseitigkeit unterstützt. Durch ihn haben wir so viele Daten wie möglich sammeln können. Somit besitzen wir bis zu 718 Pokemon in unserer Datenbank. Sie können, wenn Sie wollen, immer noch Pokemon zum Ausleihen verwenden. Danke. Wie bereits gesagt, ich kämpfe mit meinem eigenen Team weiterhin. Sehr wohl. Sie dürfen jetzt zwei Pokemon für den Kampf wählen. Sind beide besiegt, hat der Trainer verloren. Diesmal zwei Pokemon. Dann wollen wir beginnen. Let's do it. In der Mitte des Kampfraums sitzt ein Glumander. Eher ein Glumander-Kostüm. Der eigentliche Trainer steckt in diesem. Lässig steht er auf und schimpft über sein Nintendo DS4. Verdammt. Dies ist Seetra King. Sorry, sei Insider. Es musste einfach sein. Jetzt treffen sich beide Blicke. Ihr wisst, wenn sich Trainer Augen berühren. Spannung liegt in der Luft. Ja, du siehst komisch aus. Und ich kann dich nicht leiden. Zeit für ein Duell. Äh, okay. Zeit für ein Duell. Beide Trainer sind bereit. Roe sendet seinen Stahlobor in die Runde. Stahlobor, du bist dran. Tank dich und dann grind sowas von und so. Du bist aber dann. Sprache eines Nerds. Stahlobor. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Aber interessante Wahl. Lochgock, du bist dran. Lochgock. Höh, das ist Duell-Woch. Stahlobor, setze dein Erdbeben ein. Das dürfte es schon gewesen sein für Lochgock. Stahlobor. Ha, Lochgock war mein Starter in dieser Region. Wir haben viel geschafft und durchgestanden in den letzten Monaten. Wir haben einige Tricks auf Lager. Für so einen Fall habe ich trainiert. Und bezweifle ich. Ich kenne jede Tricks der Pokémon. Deshalb bin ich auch ein Pokémaniac. Mein Leben ist Pokémon. Werden wir sehen, Rose. Lochgock, spring an die Decke und krall dich oben fest. Warte ab, bis ich dir ein Zeichen gebe zum Fallen. Lochgock? Erdbebenattacke verfehlte. Aha, du versteckst dich? Du kannst nicht ewig dein Pokémon von mir fernhalten. Stahlobor, setze die Schäfle ein. Überrasche deinen Gegner. Stahlobor. Stahlobor verschwand in der Erde. Lochgock schwitzte schon heftig. Langsam sollte sie immer zuschlagen. Hm. Dumm gelaufen, Rose. Verabschiede dich von Stahlobor. Wie? Lochgock, setze deine spezielle Flammenwurf-Erdbebenattacke ein. Spring von der Decke und entfache ein Inferno. Lochgock sprang erleichtert von der Decke. Durch den Bonus des Sprunges entfachte es eine Mega-Erdbebenattacke, dazu wurde der Boden völlig von den Flammen bedeckt und alles, was darauf und darunter ist, geröstet. Lochgock. Perfekt, mein Freund. Das war einfach perfekt, wie immer. Stahlobor, zurück in den Pokéball. Nicht schlecht. Ich bin aber nicht überrascht. Ich wollte nur mein stärkstes Pokémon und so einer Kombination, wie du sie gezeigt hast, schützen. Desputa, du bist dran. Desputa. Desputa, ramm sein Lochgock in die Ecke. Desputa. Die ausgeführte Attacke hat Lochgock ziemlich geschwächt. Selber hat es auch nicht mehr ausgewechselt und musste zusehen, wie Desputa sein Start in die Ecke donnerte. Lochgock wurde jämmerlich besiegt mit einem Schlag. Respekt. Juhu, es ist noch nicht vorbei. Mein Desputa ist Bulki. An dem kommt keiner vorbei. Hm. Meine Schuld. Ich war so gehypt. Nun, Gerardax, ich brauche dich noch einmal. Gerardax, Gerard, Gerard. Gerard, setze deine Surferattacke ein. Los. Gerardax, Dax, Dax. Eine Welle aus Wasserung gibt das Kampffeld. Normalerweise wäre ein Desputa vom Typ Gestein Nachteil, aber es surft gemütlich über das Wasser. Wie hat Desputa nur Surfer gelernt? Er surft mit seinen Rücken, bis sich alles vereist. Was letztes Mal gut funktioniert hat, warum auch nicht hier? Und jetzt Kopfnuss gegen das Eis und zerschmette alles drumherum. Das Eis zerbrach in viele große und kleine Stücke. Desputa wurde von einigen Eisbrocken getroffen und besiegt. Gerardax konnte mit seinen Flinkheit ausweichen und eine Siegerpose einnehmen. Gerardax ist so ein unglaublich vielschichtiges, gutes Pokémon. Desputa zurück. Ich spiele weiter mit meinem Nintendo DS4, okay? Von mir aus, yay! Ich bin einfach der Beste hier. Rekuasa, warum setzt er es denn nicht ein? Sie sind wieder ein Stück näher zum Champion-Titel, mein lieber Silber. Wir sollten so gleich weitermachen. Leider habe ich Ihnen vergessen mitzuteilen, dass besiegte Pokémon nicht wiederbelegt werden dürfen. Heilungen im Kampf sind erlaubt, Belebungen sind nicht gestattet. Oh, verzeihen Sie mir dieses Versäumnis! Nach dem Top 5 dürfen Sie wieder Ihre Pokémon bei Schwester Joy wiederbeleben. Selbstverständlich für den Endkampf! Oh. Das ist mehr als schade um Lokogon. Hm. Gerardax hat auch einiges abgekommen. Ich sollte vorsichtiger sein. Und meine restlichen vier Pokémon mit Bedacht wählen. Das hätten Sie wirklich eher sagen sollen. Vielmals um Entschuldigung. Bitte nach Ihnen, lieber Silber. Der Aufzug fährt mit Professor Eden und Silber in das dritte Stockwerk des Duellturms. Dort erwartet Ihnen Psycho-Ju. Herzlichen Glückwunsch zum Bereich des dritten Stockwerks. Sie werden bereits erwartet. Jetzt haben Sie es mit einem ASS-Trainer zu tun. Dieser junge Mann ist mir vor einem Jahr in der Höhenregion aufgefallen. Er testet unsere Pokémon, die wir in der Datenbank lagern. Bei einer Auswahl von ca. 718 Pokémon hat er sein bestes Team herausgesucht. Und somit in der Top 5 geschafft. So leicht wird er es Ihnen also nicht machen, verehrte lieber Silber. Sie wissen ja, Sie dürfen mit drei Pokémon an den Start gehen. Sind diese besiegt, haben Sie verloren. Dasselbe gilt auch für Psycho-Ju. Gegenstände im Kampf dürfen benutzt werden, Wiederbelebungen nicht. Bitte wählen Sie jetzt Ihre Pokémon. Es ist Zeit für ein Duell. Ja, es wäre Zeit für ein Duell. Jo. Kurz und knackig, was? Bist nicht so der Gesprächigste? Möglich. Knackrak, du bist dran. Knackrak! Psycho-Ju hat sein Knackrak gewählt. Mächtig baut er sich vor Silber auf. Er bringt es völlig auf den Punkt. Reden bringt es nicht. Sein Knackrak sieht sehr gefährlich aus. Man sieht es sofort. Es hat ein gutes Training genossen. Mein erstes Pokémon. Ein Geschenk von Vater. Jo. Gut, heute zeige ich dir meine harte Verteidigung. Los, Stolos, du bist dran. Stolos! Jetzt treffen sich zwei Dickschädel auf dem Feld. Hahaha. Knackrak, setze Sandgrab ein. Halte Stolos gefangen und buddle dich ein. Gib ihm den Rest. Nicht schlecht, der 1,16. Dauerschaden wird bei Stolos nicht völlig ausreichen, um es zu besiegen. Nur der Schaufler könnte böse Folgen haben. Knackrak! Stolos! Bei so einem Fall der Fälle habe ich meinem Pokémon R.O.S. beigebracht. Somit verliert er nicht die Beweglichkeit. Leider geht die Attacke daneben. Aber egal. R.O.S. Stolos! Stolos! Ach Mist, es hat sich von Sandgrab befreit. Mein Knackrak befindet sich immer noch im Boden. Es gibt kein Entkommen. Hm. Wer sagt denn, ich will entkommen? Ich lasse dein Knackrak zu mir kommen und schalte es sofort aus. Niemals! Knackrak! Attacke! Setze Schaufler ein! Knackrak! Stolos! Schließe deine Augen. Fühle den Boden. Fühle, wie es sich bewegt. Halte deinen Atem ruhig. Du kennst die Übung. Wir haben dafür trainiert. Und wenn du sicher bist, wenn du weißt, es buddelt sich hoch, dann klammere dich an Knackrak fest und gib ihm mit deinem Eisstrahl-Attacke den Rest. Oh ja, viele meiner Pokémon können diese Attacke. Ich bin nicht ohne Grund. Trainer Nummer 1. So wie es Silber formuliert hat, so hat auch Stolos dieses Knackrak besiegt. Eine List wird folgen. Knackrak schoss durch die Erde an die Oberfläche und bohrte seine scharfen Klauen durch die gepanzerte Haut von Stolos. Der Eisstrahl gab beiden den Rest. Beide gehen zu Boden. Oh, Stolos. Du hast gut gekämpft, mein Freund. Komm zurück. Applaus. Komm zurück, Knackrak. Weiter geht es. Elevotec. Du bist dran an der Reihe. Elevotec. Ab jetzt liegt Spannung in der Luft. Überall entwickeln sich elektrische Entladungen. Der ganze Raum ist elektrisch geladen. Wenn du dein Pokémon willst, bekommt es von mir schon mal die erste Ladung ab. Bis hierhin und nicht weiter, Kollege. Ein Elektro-Pokémon. Vorher hatte ich mit Boden zu tun. Interessante Kombination. Ich wähle dich, Brutalander. Obwohl du einen Flugtyp hast, wird dich auch der Drachentyp etwas schützen. Tut mir leid, mein Freund. Du bist dran. Brutalander. Brutalander. Brutalander erhielt vorab schon mal einen Elektroschaden. Ein Drittel seiner Kraftpunkte wurde abgezogen. Tut weh, was? Das war für den Verluss von Knackrak. Dass du dir das Hohe zu Herzen nimmst. Sei still. Elevotec, setz gleich Donner ein. Sammle deine Kräfte. Mach es so richtig fertig. Elevotec. Brutalander, du bleibst einfach wo du bist und ramme deine Beine fest in den Boden. Leite die Elektrizität in den Boden. Danach setzt du Flammenwurf ein. Einverstanden? Brutal. Niemals. Damit kommst du nicht durch. Jo. Eine Donnerattacke trifft Brutalander mitten ins Herz. Erstaunlicherweise ist ihm nichts passiert. Die Elektrizität ist tatsächlich abgeleitet worden. Brutalander schüttelte sich kurz und setzte seine Flammenwurfattacke gegen Elevotec ein. Elevotec, lösch das Feuer mit deinen Donnerschlagattacke ab. Die Flammen wurden durch den Schlag zerrissen. Nur leichte Verbrennungen erlitt Elevotec. Elevotec. Bravo Elevotec. Sehr gut gemacht. Das hat mir Zeit verschafft, dass mein Brutalander von oben attackieren kann. Setz den Flug ein, Brutalander. Brutal. In Kombination von Brutalanders Klauen und dem Sturzflug auf Elevotec, der jetzt durch den Raum gestoßen wurde, kann man ein erleichterndes Aufsäupsen von Silber wahrnehmen. Geschafft. Danke, Brutalander. Ich wusste, auf dich ist Verlast. Verflucht. Ich will seine Rekuasa sehen und nicht irrelevante Pokémon. Psycho. Bring ihn endlich dazu. Mein Elevotec ist völlig hinüber. Komm zurück, erhol dich, mein Kumpel. Nicht so, wie du es dir vorstellst, was? Brutalander, komm auch zurück. Erhol dich etwas. Los, Psycho-Chu. Es wird Zeit für dein letztes Pokémon. Ich wähle. Bitte lass es endlich Rekuasa sein. Ich wähle dich, Turtok. Mein letztes Pokémon für heute. Turtok. Ich wähle dich, Guardivior. Mein Beschützer-Pokémon. Bring mir den Sieg in diesem Kampf. Guardivior. Nein, kein Rekuasa. Ha, du setzt ein Wasser-Typ ein? Wasser, Boden, Elektrizität. Nicht schlecht, Psycho-Chu. Aber hier endet es. Ich mache es schnell. Ja? Was? Psycho-Chu wirkt verwirrt. Turtok, setze die Hydro-Pumpe ein. Jetzt. Trock. P-Pille-Palle. Guardivior und ich sind ein eingespieltes Team. Hypnotisiere, Turtok und fresse dessen Traum. Nein! Turtoks Traum wurde gefressen und fiel zu Boden und blieb reglos liegen. Das, was Femm kann, kann auch Silver. Nur er weiß es nur noch nicht. Turtok wird niemals mehr aufstehen. Sein Geist wurde für immer verbannt. Aber der Sieg über Psycho-Chu stellt Silver im Vordergrund. Er weiß nicht, was er ausgelöst hat. Ich habe über Psycho-Chu gewonnen. Sie sind wirklich nicht aufzuhalten, Silver. Glückwunsch um Sieg gegen die Top 3. Sie haben sogar den Geist und Körper von Psycho geknackt. Er wird gerade auf die Krankenstation verlegt. Was? Auf die Krankenstation? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Natürlich nicht, Silver. Sie sind ein ehrbarer Trainer aus der Höhenregion, nicht wahr? Er hat es wohl nicht ganz verkraftet, dass er wieder verloren hat. Denken Sie nichts dabei. Es gibt noch einiges zu tun. Ja. Moment. Sie sagen, wieder verloren? Wer ist denn dieser andere Trainer, der den Champion-Titel im Duellturm trägt? Hm. Bitte zum Fahrstuhl. Über den aktuellen Champion verrate ich Ihnen nichts. Es ist nur fair, wie ich finde. Mein lieber, treuer Silver. Na, das komische Gefühl. Da ist es wieder. Jetzt, wo ich dem sechsten Stockwerk näherkomme, es ist so bedrückend, beklemmend. Aber er macht mir Professor Eden Sorgen. Er schwitzt und scheint, seine eitle Etikette zu verlieren. So, als wolle er was von mir, was ich ihm noch nicht gegeben habe. Selbst er nicht. Sagt er nicht? Wir haben ca. 87 Pokémon in der Datenbank. Was ist, wenn... So, Silver. Da wählen wir. Der vierte Stock. Jetzt kämpfen Sie gegen eine Assassinen. Sie war einfach hier. Sie kommt. Sie geht. Ich weiß von ihr nichts. Nur das, sie dich erwartet, Silver. Eine Assassinen. Eine mystische Trainerin. Jetzt darf ich vier Pokémon wählen. Das wären dann wohl meine angeschlagenen Pokémon Geotax und Brutalanda. Mein Guardiob und mein legendäres Requaza. Loco und Stolos sind im Lauf besiegt worden. Hm. Das heißt also, ein spannender Kampf erwartet mich. Ich habe aufgepasst. Zahl von sechs seiner Pokémon sind besiegt worden. Seine restlichen Pokémon setzt er gegen die Assassinen in Nori ein. Heute wird mein Traum wahr. Endlich kann ich meine Forschungen beenden. Entschuldigen Sie, Professor. Ich bin mit meinen Gedanken abgeschweift. Ich möchte nur ungern die Assassinen warten lassen. Es wird Zeit für ein Duell. Nicht schlimm, Silver. Ach wo. Auch ich war in Gedanken versunken. Ihr Kampfstile ist so faszinierend. Sie haben uns noch gar nicht ihr sechstes Pokémon-Kampf gezeigt. Ich bin nur so neugierig. Verzeih, mein vorlautes Mundwerk, liebe Silver. Stimmt. Werden wir sehen. Dazu stimme ich mit Ihnen ein. Bitte, in Nori. Erwartet Sie bereits. Der Raum, den Silver betritt, ist kühl. Er fühlt sich leicht nervös. In der Mitte des Kampfraums stand eine große Frau im Kimono. Zum ersten Mal wurde in dieser Geschichte eine Person so genau beschrieben. Unfassbar. Silver startet sie an. Jetzt beginnt der Kampf. Psst. Zu laut. Sie sind zu laut. Man konnte sie seit dem ersten Stockwerk bereits hören. Ähm. Ähm. Okay. Tss. Du bist nicht der Kampf, den ich erwartet hatte. Deine Seele ist schlecht. Du hast die Timeline durcheinander gebracht. Moment mal, Timeline. Wovon redest du? Ich stehe auf dem Schlauch. Ruhe. Du redest zu viel. Lass mir unsere Pokémon sprechen. Ich von der Top 4 werde dich das Fürchten lehren. Von mir aus fangen wir an. Ich habe schon längst angefangen. Mein Scherox ist schon die ganze Zeit anwesend. Wie ein Ninja. Mal hier, mal da. Scherox. Verstehe. Mit sowas werde ich fertig. Ich habe selbst ein Scherox besessen. Als dieser verrückte Fambis mir genommen hat. Brutalander, du bist dran. Brutalander, setze Flammenwurf ein. Scherox ist von Typ Stahl. Das dürfte es gewesen sein für Scherox. Scherox griff Blitzstell an, packte Brutalander mit seinen Scheren am Hals, drückte zu, bis sich Brutalander nicht mehr rührte. Achtlos ließ Scherox, das schlaffe Brutalander, zu Boden fallen. Brutalander wurde mit diesem Schlag besiegt. Keine Sorge, es ist noch nicht tot. Ah, scheiße, heiliger Zeus, steh mir bei. Das darf doch nicht möglich sein. Brutalander, komm zurück. Hervorragende, Nori. Du bringst Silber an die Grenzen. Ich will seinen Rikwasser sehen. Jetzt. Scherox, gut gemacht. Du bist mein Herzchen. Scherox. Siehst du, Silber? Du bist blind und verdorben. Du bist hier aus Wut. Außerdem ist die Timeline beschädigt. Hör auf mit dieser Timeline. Es ergibt für mich null Sinn, was du da vor dir gibst. Ach, ich will rein gar nichts von dir. Ich muss dich nur besiegen. Guardivior wird dein nächster Gegner sein. Auch ich habe ein Pokémon gewählt, welches mich beschützt. Guardivior. Fun. Ich wähle mein Geradax. Ich hoffe, es konnte sich im Pokéball etwas ausruhen. Geradax. Geradax, Kopfnussattacke auf Guardivior. Geradax. Protection Guardivior. Guardivior. Während sich ein Schutzfeld aufbaut, wird Geradax mächtig zurückgeschleudert. Es hat sich offenbar an den Füßen verletzt und versuchte wieder aufzustehen. Die Mühen davor waren einfach sehr anstrengend für so einen kleinen Wurm. Plötzlich spürte Geradax kein Boden mehr unter den Füßen. Es wurde von einer Psychogenese-Attacke in die Luft gehoben. Assassinen schalten ihre Opfer schnell und präzise aus. Geradax verlor das Bewusstsein und wurde von seinem Trainer in den Pokémon zurückgeschickt. Hohe dich aus, mein Freund. Du hast hier alles gegeben. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Du bist ein sehr schlechter Pokémon-Trainer. Jetzt habe ich es gehört, dass du mich ständig angehst. Nein, Lady. So. Jetzt reicht es einfach. Ja, ja, Silber. Wir wollen es alles sehen. So ein starker Verlust. Ich habe nur noch Selbst-Gordivion. Rayquaza. Ich wollte es ihr nicht antun. Rayquaza wird ihre Pokémon zerfetzen. Es war mit Vam-Vam-Gedacht und seine Brut. Eine eigenartige Aurum gibt Silber, zeigt Silber seine dunkle Seite. Nachdem er den Pokémon mit Rayquaza vergrößerte, Silber hörte beim Wurf nur eine Art göttliche Musik, wie bei Jo-Gi-Oh, wenn ein ägyptischer Gott gerufen wurde. Als der Pokéball aufsprang, wurde es hell und eine mächtige Druckwelle ließ in Nori, Silber und Professor Eden zurückweichen. Als das gräle, helle Licht aufhörte, wurde in Nori von einer großen Bessie umschlungen. Rayquaza. Das legendäre Schlangen-Pokémon, eine Art Leviathan. Silber hatte ein verzerrtes Grenzen aufgesetzt und begann von sich hin zu kichern. Oder vielleicht kicherte Professor Eden, wer weiß. Frau Hildo, jetzt bist du in Mount Frank. Nausichtslos, dich davon zu befreuen. Das legendäre Gequaza wird dich aufhalten. Bereite dich auf dem Ende vor. Sieht so aus, aber erkenne, wer das wahre Monster ist. Es hat sich soeben gezeigt. Haha, gib es doch einfach zu. Du hast Angst. Ich bin der mächtigste Trainer aller Zeiten. Ich besitze Macht dieser Welt. Korrevior, dein Schutzfeld funktioniert noch. Gib alles, was du kannst. Ich vertraue dir. Korrevior. Und er gegen die Macht von Rayquaza nichts anhaben. Es wurde in den Fängen des Wahnsinns vernichtet. Inoris Sherox wurde die Klammern gestutzt und besiegt. Er Togedek wurde von einem gewaltigen Blitzladung geröstet. Und zu guter Letzt wurde ja Quaxo in den Pokéball zurückgeschickt. Dann verschwand Inori. Wie es üblich ist bei Assassinen. Rayquaza, komm zurück in den Pokéball. Wunderbarer Kampf. Super. Fantastisch. Dieser Kampf hat mir am besten gefallen. Dieser Machtwechsel. Sie waren auch einfach energisch und durchsetzungsfähig. Völlig wie ausgewechselt. Als hätten sie ja was. Ich gezeigt. Oh. Ich wegge. Dahin, mein Lieber. Eigenartig. Ich fühle mich von allen Ängsten befreit. Ich spüre eine Macht in mir, die die Welt verändern kann. Wenn ich Vampy siegt habe, werde ich alles richten. Fidel wird auch wieder bei mir sein. Wir beide bilden eine glückliche Familie. Zusammen mit Rayquaza wird es keine Verbrechen mehr geben. Ich habe... Ich hätte es eher tun sollen. Ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich Sie aus Ihren Gedanken reißen muss. Ich würde Sie gerne in den nächsten Stock begleiten. Sie haben es bald geschafft. Ist das nicht wunderbar? Perfekt ist das sogar. Ich besitze Ihnen nur noch Guadavion, Rayquaza. Der Sieg ist bereits in meinen Händen. Gehen wir. Der fünfte Raum wirkt sogar noch kühler als die davor. Aber davon bemerkte Silver nichts. Er war noch von dem letzten Kampf gegen Inori gehypt. Der Einsatz von Rayquaza hat ihn siegessicherer gemacht. Hören Sie gut zu, Silver. Der fünfte Trainer des Duelltoms wird Julian genannt. Unglücklicherweise ist er mein Sohn. Wir haben ihm nie Liebe oder Aufmerksamkeit geschenkt. Seine Mutter und ich haben vor langer, langer Zeit unserem Sonderling einen Ratzfratz geschenkt. Damit scheint er irgendwie glücklich zu sein. Er hat sogar fünf Stück davon. Meine kleine Familie. Ich meine nur, seien Sie vorsichtig, mein lieber Silver. Er ist so unkontrollierbar. Willst du meine Handynummer? Ähm, wieso nicht? Mein Ratzfratz und ich wollte dich zu gerne kennenlernen. Zu mehreren macht es eh viel mehr Spaß. Findest du nicht auch? Wenn du einen Pokémon-Kampf haben möchtest, dann nur zu. Zeit für ein Duell. Er redet von Pokémon-Kämpfen. Ich will dein Freund sein. Dein aller, aller bester Freund. Wir werden große Freunde sein. Schon klar, Kleiner. Ich fang mal einfach an. Ja. Okay, Julian, aufgepasst. Hier kommt mein Guardivior. Los, du bist dran. Guardivior. Razzi, du bist auch dran zum Spielen. Ist es nicht süß? Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Dieses Häufchen-Elend soll ein Ratzfratz sein. Es ist blutig, seine Rippen stehen aus seinem Brustkorb. Und gerade eben hat es die Lunge auf dem Boden ausgekotzt. Das soll jetzt ein Witz sein. Gib mir deine Handynummer. Ich rufe dich immer an. Immer. Guardivior, setz die Psychogenese ein. Weg damit, bitte. Guardivior. Guardivior setzt Psychogenese ein und schleudert das Stückchen Ratzfratz durch die Gegend. Nach dem Angriff zappelte es noch hin und her. Es machte die blutunterlaufenden Augen auf und groch mühsam zu Julian zurück. Wir können immer weiter miteinander spielen und Freude sein. Professor Aiden, bitte pfeifen Sie Ihren Sohn zurück. Er wird mir echt zu creepy. Mein lieber Silver, Sie wollten doch den Titel erreichen, oder nicht? Mein Sohn will doch nur spielen. Machen Sie doch bitte weiter. Guardivior. Jetzt wird es lustig. Ich hole alle meine Ratzfratzen zum Spielen raus. Alle fünf. Kommt, meine Freunde, wir spielen mit Guardivior. Alle fünf Ratzfratze, die ähnlich aussehen wie das erste, blutunterlaufende Augen, der Brustkorb halb aufgerissen und zerkratzt, blutüberströmt, stürmten sie auf Guardivior zu und frasen es auf. Silver stand mit offenem Mund da und unterdrückte seine Übelkeit. Die kleinen Biester sprangen weiter auf Guardivior und bissen ihm in den Hals. Während der Tat bewegte es sich selber auf Julian zu, ballte seine Fäuste und schlug Julian mitten auf die Nase. Danke, kann ich noch einen haben? Julian lag am Boden und sie überholte noch einmal aus. Stopp, halt mal lieber selber genug. Es tut mir sehr leid. Um Ihren Pokémon bitte beruhigen Sie sich doch. Dieses kleine, miese Arschloch, ich werde es. Bitte, Silber, ich gebe Julian ein Schlafmittel, sehen Sie. Julian steht wie von einer Hobitze gestochen auf, sackte seine Ratzfratze ein und rannte aus dem Raum. Vielmals um Entschuldigung, Sie haben gewonnen, ja? Gehen Sie bitte weiter und erwarten den letzten Kampf für heute. Leider werde ich Sie bis dahin nicht mehr begleiten können. Ich habe mich um wichtigere Dinge zu kümmern. Es eilt. Ruhnen Sie sich aus, regenerieren Sie Ihre verbleibenden Pokémon bei Schwester Joy und bereichern Sie sich an unserer Datenbank. Zu jeder Zeit dürfen Sie sich ein Pokémon aussuchen. Wenn Sie wollen, auch wir halten. Auf Wiedersehen, Silber. Wiedersehen. Währenddessen heilte Silber seine Pokémon bei Schwester Joy. Leider konnte sie für Goalivio nichts mehr tun. Silber musste sich einen Ersatz aussuchen. Er leit sich ein Pokémon aus der Datenbank. Durch ca. 719 Pokémon waren es nicht vorher 718 Pokémon in der Datenbank. Silber runzelte die Stirn. Nun, er hat gefunden, wonach er suchte. Er wählte Jirachi. Das wünsche Pokémon. Vielleicht erfüllt es mir im Kampf einen Wunsch. Jirachis sind ja genauso selten wie Mews. Interessante Datenbank, Herr Professor Eden. Ende von Teil 2b. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Bye. Huhuhu. Ciao.